hallo leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf fiber frames toll dass du wieder eingeschalten hast du nicht für dieses neue video interessiert ja wie du siehst ich habe hier die funke oktoplus heuler ja das sind drei so riesengroße heuler in verschiedenen stufen kategorisiert ist das ganze in f2 jeder heuler hat zehn gramm nem und ich rufe das jetzt mal auch wie so ein westpaket hier so dann zeige ich euch mal die heuler etwas näher sehen eigentlich aus wie so riesengroße wie so riesengroße luft luftfall wieso wie sie die kleinen luftpfeifer von früher bloß jetzt halt in riesengroß ja vorne mit einer grünen visko und steinhard ich würde sagen wir gucken uns die einfach mal an ich wünsche euch ganz ganz viel spaß beim video und sage wie immer los geht's so leute wie ihr seht hier noch mal so einen einzelnen oktopus heuler und wir haben natürlich noch was vergessen ich habe noch jemanden vergessen den entscheide mitgenommen habe und zwar ist es der pyro kaiser hallo herr kaiser hallo leute servus seinen kanal findet ihr unten in der video beschreibung verlinkt schaut doch gerne mal vorbei da wird er sich auch sehr freuen der pyro kaiser hat ein scheinmessgerät mitgebracht und wir testen jetzt mal wie laut die oktopus heuler sind ungefähr zwei meter entfernung ja und das ist schon ein ganz ordentliches ergebnis ich denke ihr könnt das erkennen wir haben hier 108,9 dezibel das ist schon das ist heftig so wie viel hat denn jetzt der zweite also da haben wir jetzt 108,2 dezibel 108,2 also wir bewegen uns schon so in der 108 dezibel ja und der war jetzt noch mal okay ein bisschen weiß aber nicht sehr viel das waren jetzt 106 dezibel ich hoffe ihr könnt das ordentlich erkennen wenn nicht tut es mir leid ich schreibe es nochmal unten ein wenn euch das video gefallen hat würde ich mich natürlich sehr freuen wenn ihr mir einen daumen nach oben da lasst einen netten kommentar zu zuschreit wenn ihr neu seid vielleicht sogar ein abo hinterlassen das würde mich sehr freuen checkt doch mal unten die video beschreibung aus dass der kanal von pyro kaiser wir wünschen euch noch einen schönen tag tschüssi und bis bald tschüss